Es ist dunkel. Freilich Milliarden spielen das. Fantastik. Milliarden. 345, ein Endgegner. Ah, Potatoes Olle hat... Ja, sieh. Ja, die krabbeln rum, das krabbelt schön, Anna Fott. Komma. Direkt den Punkt vor Augen. Oh, nee, ne? Das ist ja wieder mit den Scheißwaggons, oder was? Hm. Gibt's das eigentlich noch Läuse bei Kindern? Ja. Immer noch, ja. Hunde? Ach, da sind die ausgerottet. Nee. Leider nicht. Und dann ist immer wieder, dass wenn die Kinder Ferien haben, und die aus den Ferien kommen, dass da meist dann Läuse an der Schule sind. Unglaublich. Wahnsinn, ne? Ja. Hätte ich nie gedacht. Ach, da ist echt, das ist sowas wie ausgest... Nee. Leider nicht. Der Punkt ist unten drin, ne? Jo. Ja, ich glaube hier... Äh, hier nicht. Oh. Was? Was denn? Was denn? Nix, alles gut, ich keine Panik, war nur ne Sackgasse. Ja, aber da muss man sich ja nicht so erschrecken. Au. Tja, ich hab keinem nach oben gesagt. Au. Ach, der ist dahinter. Äh. Oh, ich hab ein Stacheldraht hier. Oder erledigt. Danke. Bitte. Ach, der Scheiße, wo laufen wir jetzt hin? Die sehen alle gleich aus. Zwo, siebzig. Null. Nein, die sind aber nicht alle gleich, Mocke. Bei 2,85 müssen wir. Wer hat denn die da hochgejagt? Ich gerade, weil ich getürmt bin vom... So einen dicken Mann. Ah, okay. Schienen wir nämlich so weit weg. Ich hab dir mal Ton gemacht, ne? Ja. Ich hab dir genau in den Kopf getroffen. Und mit dem Giftdinger ist das okay. Dass sie immer sterben, nicht sofort, ne? Das ist leider, wenn du dann nur Gift hast. In die Tür. Oh. Ach so. Äh. Wie kommt denn jetzt zu mir? Ja, keine Ahnung. Haben wir jetzt den Point of Interest, oder was? Jo, hab ich gut. Nächster auf 30, 15. Jo. Hm. Ruhig ein See, müssen wir so ruhig. Ah. Da hab ich ja gar keinen Bock zu. Waschi, waschi, waschi. Oh. Da hat irgendwann auf mich geschossen. Ich hab Pfeil im Bogen, hab ich mitbekommen. Jo. Von wo? Aber hinter uns, hinter uns war das. Ich mein, das wäre irgendwie von links gekommen. Eben die Pfeilartig hat sich so angehört, ja. Ja, oder Pfeil, oder halt, äh... Ambross. Schalldämpfer. Ja, genau. Es hat sich eher wie so ein Pfeil angehört. Was ist hier? Blinkt weiß. Wo eben schnell noch den Punkt. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Hier Hier Okay Nein Nein Ich fahr mal mit dem Fahrstuhl hoch Klingt rot, klingt rot, klingt rot Klingt rot Ja Okay Oh Hier bei mir Und von hinten 2 drin, unten Oh, ich mich jetzt erschreckt Scheiße Brenn mich ab Im anderen Gebäude Bleib hier oben Irgendwas rennt hinter uns Hinten unten Wo liegst du da, Sanyo? Oh, weit unten Wo liegst du da? Dann liegst du noch weit runter Ist ganz nach unten Hier randt aber auch einer draußen rum irgendwo Das sind 2 Stück Habe ich Also die Auf mich geschossen haben Zumindest Kann ich vielleicht noch ein drüber sein Hier sind Ausschritte Draußen Hier sind Ausschritte Da sag ich ja, sag ich ja Unten Oder der ist im Nebenhaus Müsste sich mal einer zeigen Hier am Loch Was ist einer tot? Ja Was ist der nächste tot? Wo schießt denn der Penner? Irgendwo von da hinten Irgendwo von da hinten Scheiße Wo bist du Mucke? Hier Hinter dir Achso Der nächste Sanyo ist tot Ja Jetzt ist er tot Ja Wir müssen definitiv die Bounty haben Ja Dafür müssen wir erstmal jetzt hier die Typen wegholen und die seh nicht ein Ich hör da nur die Hunde ausrasten Wo? Keine Ahnung, war nicht auf mich geschossen Scheiße Einen hab ich Sehr schön Leuchtkugel ging da hinten hoch Ja da Da muss auch noch einer sein Da ging die Leuchtkugel hoch Das ist sehr schön weggeholt Ich wusste ja auch nicht woher das kommt Ich hätte gern mit einem Schuss Ja das war auch fast der Kopf War fast der Kopf Was auf der unten links könnt ihr jetzt wissen wo du bist Geht er da nicht in den Raum da unten? Guck mal Geht er da nicht? Ne Der muss nämlich raus und seinen Kumpel holen Oder der Nekromant Aber dann schieße ich den wieder weg Ne der kommt gleich raus Da siehst du voller Gewehr Ja 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 Sag ich doch der kommt gleich raus Ganz ruhig Jawoll Den haben wir auch Sehr schön Jörg Wie das Gewehr da rausgeplitzelt hat auch Guck mal Geil ne? Haha Vielleicht abfackeln vielleicht Ja kommst du da ran Jo Der eine fackelt sie mindestens Kann ich mal da rüber gehen oder was? Kann es aber Da sind welche drin glaube ich Aber vier können das jetzt auch nicht mehr sein Das sind jetzt drei oder so Gequittet worden vier Lass den Hund am besten Ja ja lass den am besten Ja ja der guckt da rein Ja Dann kannst du nämlich genau wissen Wo noch jemand ist Okay Okay Ich weiß ja nicht ob unten jetzt noch die Typen drin sind oder ob die das waren Da waren die mit Sicherheit dabei schon Wirst du jetzt gucken wenn jetzt Kinder mal da ist dass er den Boss macht? Ja da müssen wir dich holen Aber der Hund ist noch sehr nervös da unten Oder ist er festgepackt oder was? Keine Ahnung Ich hab gesehen Was? Ja Ja Von irgendwo hat der auf mich geschossen Von wo? Hier Haben der Schuss her Und einer ist aber auch hier gestorben bei mir Von rechts zwischen von der Mauer irgendwo vielleicht Oder von noch weiter weg Hier muss der irgendwo sein Nein nein auf der Mauer Auf der Mauer Auf der Mauer Auf der Mauer Schmeiß was hin Schmeiß was hin Kannst du doch direkt hoch Hinschmeißen Wohl Das ja Spielt doch gar leid Das ist super Ach scheiße kurz Wer ist da? Oh Da Hinter der kleinen Mauer Hinter dem kleinen Vorsprung Ja Da ist der Ich hab ihn aber nicht mehr gelaufen gesehen Ne Wenn der Seite jetzt da runter ist Und zur anderen Seite Ne ne Da kommt der gar nicht runter so schnell Das hättest du gesehen glaube ich Ja Oder Das hättest du doch gesehen wenn der die Treppe runter gegangen wäre Ne Das hättest du gesehen Da Du siehst du der ist nämlich von da gekommen der Schuss da Der Die Bombe Kann ich mal versuchen von hier aus Na guck mal ob du den sehen kannst Sauber Schönerisch Hast du weggeholt Ast rein Sehr schön So jetzt machen wir den Meuchler Oder ist denn noch irgendwo jemand Man weiß es nicht Jetzt dürfen wir nur nicht sterben beim Meuchler hier Was liegt denn hier Jetzt hab ich auch kein Feuer mehr für den Arsch Hast Feuer? Okay Ist da drüben noch Feuerchen? Vielleicht hat die ja was dabei Vielleicht hat die ja was dabei Irgendwo eine Axt oder sowas Nein Hier kommt noch eine Bombe rein Die sind noch nicht Wir haben noch nicht alle fertig Hier sind noch zwei Mindestens zwei Mindestens zwei Mindestens zwei Laufen hier rum Noch einer hinter der Mauer hier Scheiße ich hab nichts mehr zum Werfen Doch Dynamit Da ist er Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn Einen hab ich Sauber Da war aber noch einer Da sind zwei gelaufen Ich hab keine Muni mehr gleich Ich hab noch zwei Schüssen Reserve Ist der jetzt oben oder was? Keine Ahnung Hase Ich hab ja Bin ja noch ein bisschen im Stress Weil mach und löst mal aus Ob das rot ist Ja immer noch rot Es lebt noch einer Mach du weiter den Meuchler Ja ich versuche es Wo ist denn der andere Drecksack alter? Ist immer noch rot Ich weiß nicht ob der noch bei seinem Kumpel hier ist Hier der läuft Ne du bist da Kling mal an Ja ich lauf jetzt hier wieder hoch Oh der sitzt da unten bei seinem Kumpel Ja Ja Pass auf lass dich nicht weg holen Ja ja Ich hab ihn Du hast ihn? Achso der Meuchler okay Ich bin tot Ey ich bin tot Ich hab den noch gehabt Scheiße Wo liegst du denn Muckel? Ach unten Ganz unten? Nee da muss ich jetzt Da Der ist doch down oder nicht? Nein der lebt noch Jetzt ist doch down Der hat mir schon angezeigt dass der tot ist Ich hab nichts mehr gesehen von dem Ring Löse aus Ich geh wieder ganz nach oben Ich guck mal ob ich den wieder Oh nein Scheiße Oben da wo ich liege Der Penner Scheiße der ist aber voll angefreckt Da liege ich siehste Der läuft da oben rum Oh nein Hol der Muni Du bist ja neben der Muni Kiste Leise Der ist oben drin Den kannst du nicht wiederholen Du musst erst die Trophäe haben ne? Ich weiß Was hört der wenn der jetzt aufmacht? Was hört der wenn der jetzt aufmacht? Ich bin jetzt nicht so schön Ich bin jetzt aufmacht Du kannst du nicht mehr durch die Trophäe haben Ich muss nicht mehr durch die Trophäe haben Du kannst du nicht mehr durch die Trophäe haben Du kannst du nicht mit dem Pass auf, der kann durch die Skischarten gucken. Da ist er. Oben am Dach. Ich habe einen Schatten gesehen. Ja, der kann auch auf der Brücke gewesen sein. Der ist drüben im Haus. Jetzt ist er wieder bei dir. Oh, Hase. Guck mal da rein. Kannst du vielleicht sehen. Wahrscheinlich noch zwei. Ja, jetzt kann er dich sehen. Das bin ich. Hättest du nicht schleichen dürfen, Hase. Direkt drauf, ey. Ach, so ein Sack. Ja, echt. Aber warum bist du denn gerade nicht die Schräge hoch und direkt mit der Leiter wieder oben rein? Oh. Ja, da bist du dreimal dran vorbeigelaufen. Doch, dagegen geht ein Brett schräg nach oben und von da aus wärst du direkt drin gewesen. Na, egal. Na, toll. So lange durchgehalten, ne? Ja, echt, ne? Schön, wie der mein Jäger weg. Toll. Die waren eh zu zweit. Das ist egal. Oder sogar zu dritt. Nein, die war nicht zu dritt. Der eine war schon zweimal down. Hättest du nur einmal treffen müssen? Ja, den haben sie jetzt gerade geholt, den dritten. Lutscher. Echte Lutscher. Oh, schade. Ja, toll. Warte, ja. Was soll ich? Ist das nun mal, ne? Nein. Oh, mein Jäger. Mein Jäger. Was ist los? No. So, hab ich denn hier. Ätterli. Ätterli. Oh, super. Ich hab die Erstickungsbomben. Ja, gut. Aber ich durfte gerade eine draußen stand, ey. Und das Gewehr rausgeglitscht hat. Das war geil. Ja, sehr geil. Ich hab gewusst, dass der rauskommt. Weil der wollte ja seine Gucke dann auch holen. Genau.